Herzlich Willkommen meine lieben Zuschauer, wir spielen Terra auf der PS4. Wir sind Turtle Crowd und ja Mannik und Skibo spielen Terra. Wir sind mittlerweile auf, in welcher Episode sind wir mittlerweile? Ich glaube es ist Episode 18. Episode 18 meine Freunde. Wir sind in Poporia. Das heißt unser Let's Play ist volljährig. Ja sehr schön, sehr schön. Wo sind wir gerade? Was machen wir? Was ist das Ziel? Wir sind in Poporia. Wir waren zuletzt einem vermeintlichen Fluch auf den Spuren und haben rausgefunden, dass hier mit Blutmagie hantiert wird und die Vampire, die wohl immer ganz cool waren mit unseren Popori-Freunden hier, sind irgendwie so ein bisschen aggro und wir gucken mal, was sich da machen lässt. Okay, cool. Bevor wir jetzt wirklich starten, wollen wir uns mal kurz unser Equipment mal anschauen? Macht das Sinn? Wir können mal gucken, was wir mittlerweile mit uns tragen. Wir gucken uns ja gar nicht mehr so oft an. Oder an uns haben. Mal schauen. Okay, wir haben unsere auf plus neun Stufen verzauberte Stachelbrise. Unser wunderschöner Schild- und Lanzen-Kombination. Das hast du auch ein bisschen bearbeitet, ne? Genau, ich sagte ja, plus auf plus neun hoch verzaubert. So sieht's aus. Okay. Okay, was tragen wir? Wir tragen eine brutale Brustplatte, ich glaube. Genau, die hat uns für so Dungeon-Währung gekauft. Wir hatten ja so Tokens bekommen. Okay. Und haben entsprechend diese Handschuhe, auch, ne? Mit blauer Seltenheitsstufe. Grässliche Eisenstiefel. Das ist, was wir tragen. Ja, den Rest könnten wir eigentlich mal verkaufen. Hier haben wir eine nette Veteran-Schlacht-Halskette bekommen und tragen aber immer noch grüne Ringe und Ohrringe. Okay. Sehr nice. Ja, guck mal, wenn du rechts guckst bei Ausrüstung und so, da gibt's irgendwie so noch ganz viele Slots, die frei sind. Oder ist das nur falsch dargestellt? Ja, ich seh's gerade, ja. Na, mal gucken, was da noch kommt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Okay. Und wir tragen natürlich unsere stylische Augenklappe immer noch, um uns zu fokussieren. Die ist ganz wichtig. Vielleicht können wir sie sogar bis zum Schluss tragen. Seitdem wir finden was Cooleres. Ja, aber die Augenklappe ist schon recht stylisch. Schon nice. Die steht dem Säge. Ja. Mit dem zweiten sieht man besser. So ist das. So. Gut. Ich hab mal wieder Post, wie so oft. Was ist diesmal? Look sharp. Eine weitere Kosmetik-Münze. Okay. Die nehmen wir mal an. Englisch und Deutsch wieder gemischt, ne? Genau. Äh, hier ist, äh, hier, äh, die Post ist einfach mal in drei Sprachen. Äh, hier ist, äh, einmal Englisch, use the coins, dann haben wir Französisch. Utiliser les pièces. Was auch immer. Und dann mit den Münzen kannst du blablabla auf Deutsch. Kannst du Französisch? Äh, minimal. Ah, okay. Okay. Je parle pas français. Okay. Contenance. Okay. Contenance. Okay. Das ist alles was ich kann. Und Croissant. Croissant. Ja, mit Nutella. Ja. So. Und Butter. Klingt eklig, ist aber geil. Äh, äh, ja. Okay. Was ist die Aufgabe? Wo müssen wir hin? Hier. Na, die aktuelle Quest ist am Blut. Sollt ihr sie erkennen. Und wir müssen Jelena finden. Jelena war die, die uns den Sprengstoff gegeben hatte, um diesen dunklen Kontrollkristall oder was auch immer das war, zu zerstören. Ja, diese Dementaliten oder sowas. Sigi freut sich auf Jelena. Ja, Sigi ist nämlich, man merkt, dass er lang unterwegs ist und nicht so, äh, viel mit Damen zu tun hatte. Das hat ihn natürlich auf die Stufe eines, äh, 15-Jährigen zurückgeworfen, der zum ersten Mal das Internet sieht, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Gut, die Gegend kommt mir ja bekannt vor. Ähm. Wo guck mal, da ist ein Schwarm auf Fledermäuse oder Vögel? Sind das noch Fledermäuse? Zugvögel. Zug, Zug, Zugledermäuse. Aber man merkt, dass diese Gegend an sich immer noch relativ dunkel ist. Ja, stimmt. Ja, das ist erst mal gesagt, ist die immer noch dunkel. Ich glaube, sie ist alt ist immer dunkel. Das kann sein. Guck mal, die Dukes verfolgen dich hier. Ah. Hilfe. Yo. Oh, was denn das für ein brutaler Hund? Ein Panzersuhlhund? Okay. Der greift sich auch noch nicht an. Boah. Aber da kommt er gleich weiter an irgendwas. Wir wollen ja, äh, diese kleinen Viecher. Wir wollen zu unserer Quest hier kommen. Ja. Und hier gibt es noch eine Menge von den Hunden, die wir potenziell, äh, killen können, wenn wir wollen. Aber wir haben wichtiger, was zu tun. Wir haben Blutmagie zu... Naja. Naja, aufzulösen. Wie auch immer. Erstmal zu Jelena. Naja, du willst zu Jelena. Das ist der Sigi in dir. Äh, hä, hä, hä. Wo war die denn hinter diesem Berg? Dum, 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 dum. Beziehungsweise Hügel. Hier ist ein Grab. Okay, hier ist ein Frito. Oder ist das nur ein Grab? Oh, die sieht ja nicht so nett aus. Blutmagie. Oh, krass. Die sind ein bisschen creepy, die. Das sind Schmodderbräute. Ja, so sehen die auch aus, ja. Ganz schön schmodderig. Aha. So, hier müsste sie rein theoretisch irgendwo sein. Ah, okay. Diese Sache mit dem Fragezeichen auf der Minimap, ne? Ist irgendwie... Ist irgendwie nicht so ganz fein. Nicht ganz sauber. Okay. Seid gegrüßt, Sigi. Hi. Wir stehen wohl beide auf Ärger, was? Ja, klar. Ich hatte recht, was die Vampire angeht. Sie wurden benutzt. Die Edelleute haben ihre Leute an den Kult verkauft. Keine guten Neuigkeiten. Da ist ein bestimmter Kultist, Surdek. Er macht sich ständig Notizen. Die müssen wir uns ansehen. Ich muss wissen, wie viel Blutmagie sie sich bereits angeeignet haben und wie sie sie einsetzen wollen. Meint ihr, ihr könnt ihn euch schnappen? Gut. Also los. Ich werde sehen, ob ich einen Weg in das Anwesen der Arglist finde. Da gehen eine Menge Vampire ein und aus. Jelena, hört mir mal zu. Es ist so gut wie erledigt. Ja, Mann! Weiter geht's! Also das Anwesen der Arglist, ich glaube, das ist der Name des nächsten Dungeons. Das heißt, es ist wieder eine Questreihe, die uns am Ende in Richtung eines Dungeons führt. Das wäre natürlich sehr cool. Ich bin gespannt. Guck mal hier, auch Schmodder Zylinderträger. Irgendwie sieht man cool aus, oder? Das ist ein bisschen als wäre der Monopoly-Mann gestorben, aber nachdem er viel zu viel abgenommen hat und in die Länge gezogen worden. Ich finde, das hat auch ein bisschen was Tim Burton-mäßiges. Ja, stimmt. So, und dann stören wir ihn doch. Ne, wir pullen ihn einfach mal ran hier. Boom. Genau. Wir müssen ja nicht mal zu ihnen rennen mittlerweile. Können wir sie auch einfach zu uns ziehen. Bisschen Alice im Wunderland. Ah, auf Crack. So was in der Richtung. Wow. Und jetzt machen wir auch mal eine Schmodder Braut weg. Hilf mir auf! Oh! 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 Okay. Was haben die eigentlich für ein Level? Hm. Äh. Guck mal. Gucken wir gleich mal. Relativ. Guck mal her. Es sieht ja ganz stylisch aus, wie der Krieger da kämpft. Hm. 26, also ungefähr unser Level. Ja, passt doch. Da fliegt ihm der Hut, ne? Ja. Ja. Jetzt geht er da auch noch weg. Oh guck mal. Okay. Der Zauber ist auch so ein kleiner Flächenschaden eigentlich nur. Oh! Er fechtet da mit seinem Schwertstock und was auch immer. So. Ähm. Genau. Unser aktueller Quest ist die Nummer 2. Am Blut sollt ihr sie erkennen. Jetzt haben wir natürlich auf der Minimap mal wieder 5 Millionen Flecken, die uns 666 sagen, weil das irgend so ein Vorhut Ding ist. Wo man einfach nur irgendwas killen muss. Oh Gott. Guck mal. So ein 55556666666666. Krass. Wo? Zum Teufel ist 2. Ich suchs auch grad, aber ich sehs nicht. Warte ich guck mal genau. Ich geh mal ein bisschen näher an dem Bildschirm. Ah, okay. Warte mal. Ich glaub geradeaus. Hast du was gesehen? Ja. Ich glaub das hier so halb Meter sechs verschwommen. Das sieht man nur ganz schön. Glaub ich zumindest. ist aber ich sehe noch nichts was kann man ran so okay dahinter dem ok bei dem roten ausrufezeichen surdeck ja aber was mir was mir definitiv gefällt ist dass das hier sehr sehr abwechslungsreich ist irgendwo also allein diese ganzen charaktere die kreaturen es gibt schon sehr viele kreaturen sehr sehr abwechslungsreich also allein schon als wir in dieser kargen gegend waren vor ein paar episoden mit diesen riesen und theatralisch sterbenden charaktere zu beginn die umgebung an sich ja hier ist alles ein bisschen düsterer dunkler und ich bin mal gespannt was noch so kommt sogar noch sehr sehr weit am anfang irgendwo ja ich muss bedenken maximallevel ist 65 wir sind jetzt noch nicht 30 und fast die hälfte ist ja nicht so als würde das leveln mit der zeit schneller gehen und in der regel bei spielen so dass die späteren levels auch länger dauern ja genau von daher haben wir noch einige questreihen vor uns auf der ja ich glaube auch auf der langen reise sie geht zu einem level von 60 lanza zu machen das ist das große ziel ja aber war nicht einfach so schnell wie möglich nein wir wollen natürlich auch möglichst viele quests genau durch leben möglichst viel von dieser welt das ganze ist ja hier kein sprint meine freunde das ganze ist ein marathon ja so sieht es aus und dafür gibt es erstmal fünf euren sphrasenschwein genau dann kannst du mir ein bierchen ausgeben das nächste mal schuldet ihr nicht noch ein bierchen irgendwas war da ich muss noch den jinn abholen so sieht es aus stimmt ok aber gut genug von unserem alkohol konsum jelena ok dann schauen wir uns mal seine notizen an das hier ist das anwesen der arglist die vorrichtung die er beschreibt könnte hunderte von dem mentaliten hervorbringen verdammt und zugenäht es nicht verflicks und zugenäht egal es ist nicht verflicks damit könnten sie in ganz purpurier und weit darüber hinaus totale verwüstung anrichten also ich habe einen weg hineingefunden aber diese geheimtür öffnet sich nur für königliches blut was für ein glück dass ein wenig davon verfügbar ist finde ich den sag der herzogin und des herzogs sie können ruhig ihren beitrag zu der guten sache leisten ich treffe euch dann beim anwesen der arglist bringt so viel blut wie möglich mit so sieht es nämlich aus wenn wir etwas als geschenk zur party mitbringen weil dann blut und unter umständen andere teile von zombies so aber haben zum ok oder sind das vampire oder zombies wahrscheinlich sind es doch vampire zombies aber blut mal klingt ja macht schon sinn wenn das ein vampir ist wegen blut und so also zombies erstmal die absolute logik kann um zu sein ich bin nicht teil von eurem kampf lassen sind sie ein bisschen vertrocknet halb untot ok hier ist er sagt der herzogin aus legungssache so sieht es aus so jetzt machen wir erst mal ein sarg auf weil wir sind alte grabständer so sieht das aus ok dies auch so eine aber die ist auch gar kein problem spielstatt im grab geholt und schon direkt wieder verprügelt hier es geht gerade ein bisschen leicht ist eigentlich viel zu leicht das dürfte für meinen geschmack ein bisschen schwerer sein so ein named mob zu killen das ist okay wenn die ganz normalen billig mobs schnell fallen damit kann ich leben aber wenigstens wenn die so questziele sind oder so dann dürfen sie schon mal 20 sekunden leben aber gut so wo ist naja herzog wir brauchen ein weiteres sind so weit ausweiten hier dann bist du schneller das ist gut dass er mich hast so kommt mal so viele seelen die da schweben oder eher lichter wie sich mitnehmen das ist ja kein dark souls der andere tut hier oder die du das du das du Das macht alles keinen Sinn. Kann ich das jetzt nicht öffnen? Du das? Egal, das ist glaube ich kein Wort und ich sollte es nicht nochmal benutzen. Die Dusse. Das ist ja abwertend. Das machen wir ja nicht. Zumindest... Okay, jetzt haben wir unser... Ne, haben wir nicht. Was war das denn? Was denn sagt das Herzogs... Ah, okay, das hat er irgendwie, weil ich nicht geöffnet habe. Das ist nicht gezählt, ne? Damn. So geht es aber nicht. Jetzt müssen wir ja den Typen zweimal töten. Hat doch auch anderes zu tun. Der Herzog ist schnell weg. Okay, es kann auch sein, dass einfach... Dieser Hazy hier einfach viel mehr Schaden macht als wir, weil... Bevor er jetzt ankam und geholfen hat, habe ich den jetzt nicht so schnell gekillt. Hm. Hm. Okay. Gut. Treppzeit mit Jelena. Ab zu Jelena. Zu deiner. Reit hier. Was? Alles klar. Bist du erkältet? Nö, nö, nö. Alles gut. Wo kann man sich irgendwie... Ich glaube wir brauchen noch ein geileres Reit hier, oder? Ja, müssen wir gucken wann und wie wir... Ja, wo genau... Ah, irgendwo da oben. Wo sind wir jetzt der Zugang? Hä, will ich den Bumrennen? Oder was? Haha. Ich bin verwirrt. Wo gehst du denn hin? Äh... Ich muss da irgendwie da oben. Ich glaube, ah ok, vielleicht einfach den Weg hier folgen, so außen rum und hoch. Welche Nummer wäre das denn jetzt wieder? Das ist der rote Stern diesmal. Ja, der ist da so... Guck. Guck ich in Richtung zu irgendwo da oben. Vielleicht da oben, ja. Ja, erst einmal auf mich drauf und dann wegrennen, so haben wir es gern. Das ist das gute alte Hit and Run. Uh, was sind das da? Uh. Uh. Das sind ja immer abgefahrener hier. Ach du meine Güte. Aber diese komischen Kreuze, die sind schon echt öfter zu sehen. Mhm. Guck mal wie viele verschiedene Gegner-Modelle das hier sind. Ja. In der Regel. Ja, wenn die diese Scheiben haben, die sich so drehen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das so eine war. Äh. Aber es gibt echt viele verschiedene Gegner-Modelle hier in dem Gebiet. Absolut, ja. Na, ich sag mal, die Gegend ist ein bisschen karg, aber die Vielfalt kommt definitiv mit den Gegnern. Definitiv, ja. Jo. Okay. Medieval-esk. Medieval-esk. Hä? Das muss jetzt nicht irgendwo hier sein? Na, wo ist die denn? Wahrscheinlich einfach um die Ecke hier irgendwo. Oder vielleicht doch unten. Haha. Äh. Ich bin mittlerweile... Ach Gott. Was? Lass mich vom Pferd. Uh. Guck mal. Das ist der Maul im Bauch. Jetzt häng ich irgendwie. Ne. Doch. Okay. So. Der war nicht nett zu uns. Äh. Der muss weg. Der ist wie die Mauer. Yay. Das war schon ekelhafter munter in dem Bauch. Jetzt guckt man mal kurz hier um die Ecke, aber ich glaube, die ist dann doch eher unten. Wobei, man weiß es nicht. Man weiß es nie so genau, aber ich springe mal hier hinter. So, jetzt muss er theoretisch. Eigentlich direkt hier unten. Ich, ich, ich. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Oh Gott. Riesiges Spinnenmonster. Oh Gott. Gigantische Ovo. Oh mein Gott. Eine Güte. Okay. Jetzt kriege ich Schaden. Ne. Endlich mal. Bauchplatscher. Oh, der hält schon ein bisschen was aus. Hm. Was ist das für ein Ding? Trabi. Gigantischer Ovolid. Ein gigantischer Ovolid. Okay. Gigantisch ist er auf jeden Fall. Oh. Ist aber auch irgendwo eine Spinne. Ja. Oh, da war es auf jeden Fall nötig, die ganzen Angriffe zu blocken. Sonst hätte ich, glaube ich, doch das Zeitliche gesegnet. Okay. Komm. Spring jetzt einfach runter. Guck mal was. Oder hinter dir oder was weiß ich. Ich würde ja gerne. Okay. Ah. Äh. 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 Das war ein männlicher Schrei. Ja. Wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Da unten ist der Eingang. Äh. 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 Meine Freunde, wir müssen ja noch ein bisschen üben hier. Sag da vor. Hä? Aber weißt du, wenn wir gleich andere haben? Wir sind trotzdem hier. Egal. Ich bin verwirrt und ich bin einfach zu hoch geritten, glaube ich. Hm. Das macht doch gar nichts. Ich bin einfach durch die Luft gelaufen. Also es passieren fantastische Dinge. Hm. Hallo. Und Lando möchte einfach nur mit, äh, Jelena reden. Ihr habt die noblen Herrschaften bluten lassen? Sehr gut. Ich habe ein paar Bomben. Ja, natürlich hast du Bomben. Du wahnsinnige Sprengstoffverrückte. Und Schutz gegen diese Blutmagie. Die ersten beim Kämpfen und die ersten beim Trinken. Gehen wir. Für die Föderation. Und für das Bier. So sieht's aus. Und für Jelena. Und für Jelena. Und für Jelena. Du sowieso. Okay. Ciao. Kriegen wir jetzt die Quest nicht, oder? Okay. Gerade unser Inventar ist voll, deswegen können wir die Quest nicht fortsetzen. Das muss ich... Irgendwas. Ich weiß gar nicht, aber... was loswerden. Was wegwerden. So sieht's aus. Äh... Jetzt los. Endlich. Kleine... Äh... Kleine Probleme. Aber nichts, was uns auffällt. So... Nun... Weiß ich aber gar nicht, wo im Inventar ich was wegschmeißen soll. Bei den Quest Items kann es ja nicht sein, da ist ja nur eins. Einfach... hier... Naja... Ich schmeiß mal was weg. So... Äh... Menü... Zerlegen. 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 Zerlegen kriegt immer besser. Zerstören. Vielleicht kriegen wir was. Verkaufen könnte man es theoretisch auch, ne? Natürlich. Bei irgendeinem Händler. Aber... Jetzt aber. So... Und wir sind auf Stufe 28. Glüfenpunkte wurden um eins erhöht. Dankeschön. Und neue Fertigkeiten können wir natürlich auch erleben. Super. Sehr cool. Schauen wir uns das doch mal an, oder? Genau. Mal schauen. Also... Inventar. Da haben wir jetzt herzoglicher Kettenpanzer. Aber... Der verbessert uns nicht. Schade. Die neue Waffe hier verbessert... Kommt halt auch nicht ran an unsere Stachelbrise. Und jetzt haben wir hier, genau. Erderschütternde K-Bombe. K-Bombe. Sie klingen gut. Wurfgingstand extrem große und gefährliche Bombe. Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzen. Nicht zum Verzehr. Und das ist für die Quest innerhalb des Dungeons. Sehr cool. Und jetzt gucken wir mal. Fähig. Fertigkeiten. Nur zwei. Und aber eine neue. Neuer Auftrieb. Stellt 6800 LP und 750 Entschlossenheit her. Okay. Das ist ein kleiner... Ja. Oder warte mal. 6800. Ich weiß gerade nicht wie viele unsere Max LP sind. Aber vielleicht ist das sogar viel. Mit zwei Minuten cooler und sehr viel. Und ich glaube Entschlossenheit ist die Blockenergie. Okay. Das klingt nach einem guten Skill. Und unser Ausfallangriff wird hochgestuft. So. Ich mach mal einfach empfehlende Glyphen anbinden. Ja mach mal rein. Da haben wir ja noch 4 freie Punkte. Guck mal. Ah, es hat sich jetzt hier irgendwas geändert. Felsenfest ist hier voll aufgepimpt. Okay. Okay. Und hier sind noch ein paar. Ja. Das altbekannte. Okay. Well, well. Gut. Dann testen wir ihn doch gerade mal aus bevor wir reingehen. Ich will ihn mal kurz sehen. Die neue Fertigkeit. Okay. Jetzt muss ich erstmal finden auf welchem Tastenkürzel die liegt. Wenn es überhaupt schon auf einem ist. Ja. Ich sehe es zumindest nicht. Ähm. Das hier ist unser Ding. Das ist der Spott. Das hier ist der Gruppenbuff. Also auch irgendwas anderes. Ich muss echt noch mal genauer gucken was meine. Das sieht aber ganz nett aus. Aber alle noch nicht benutzt. Ja, ja. Schön. Funkelt. Nee, ich glaube wir müssen hinzuweisen. Okay. Dann gehen wir nochmal zu den Fertigkeiten. So. Ja. Jetzt gehen wir natürlich auf Fertigkeit. Weißt du wie die Fertigkeit gerade hier sie neu bekommen haben? Haha. Neuer Auftrieb. Hier ist er. Okay. Äh. Ja. Jetzt mit R3 zu Tastenkürzel hinzufügen. Ah. Guck mal hier. Dann schau mal. Jetzt einfach oben drauf. Okay. Hier sind halt schon Plätze wo irgendwas vom Grunddesign her schon von den Spielmachern gedacht wurde wo sie liegen sollten. Die fasse ich einfach nicht an. Weil ich denke das wird einen Grund haben warum die da drauf liegen. Äh. Ja. Aber. Du kannst hier einfach oben jetzt. So ein Selfieel. Und nämlich hier hin. 2 Minuten Cooldown. Irgendwas was nicht der beste Begriff ist. Was weiß ich nicht so oft benutze aber. Ich lege es mal auf L2 plus R3. Okay. So kann ich dann nämlich im Notfall einfach fuck. Wann gehen wir da vorne? Muss da ein Gegner sein? Oh. Gekrittet. Oder? Plus 10.000 Heilung. Ah krass. Das ist okay. Unser maximales Leben ist 9800. Und dieser Selfieel. Na. Wenn man Not am Mann ist. Kann mich also um mehr als meine. Die Hälfte meiner LP heilen. Und wenn er krittet mehr als 100%. Okay. Das ist ja auf jeden Fall eine extrem schöne Notfallfertigkeit als Tank. Definitiv. Und hier unten. Ich war noch irgendwie gerade bei Schaden irgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch selbst einen Schaden. Ich habe einfach wieder nicht aufgefasst. Das hast du ja sowieso. Das ist ja auf jeden Fall. Nachgewiesen spätestens nach dem letzten Video. So. Ja. Also das heißt es ist quasi nochmal ein Schnellheilungs-Buff sozusagen. Das ist ein Heilzauber im Prinzip. Heilzauber. Okay. Mit dem du aber nur dich selbst natürlich heilt kannst. Mit dem du aber nur dich selbst natürlich heilt kannst. Quasi eine Minute. Ja. Zwei Minuten. Ja. Das zeigt ihr halt. Ja. Eine Minute 59. Und so weiter ist dann schon eine Minute. Sehr gut. Yo. Also bevor wir jetzt weiter schreiten würde ich sagen beenden wir diese Episode. Ja. Und ähm. Danach gehen wir mal weiter. Genau. Danach versuchen wir es auch mit dem Dungeon. Würde ich sagen. Alles klar. Bleibt uns treu. Bis zur nächsten Episode. Wir sind Turtle Crowd und wir spielen Terra. Adieu. Adios.